Einen wunderschönen guten Morgen zum Release der AirPods 3. Diesen hier. Da blicke ich in dieser Woche auf die Softwarefunktionen von Apples Kopfhörer. Ich habe das für die AirPods bereits zweimal in den letzten zwei Jahren getan, ohne mich natürlich thematisch in diesen Videos zu wiederholen. Sprich, AirPods bekommen über ihre Lebenszeit hinweg ganz ordentlich neue Funktionen.